Als Selbstständiger kannst du natürlich deine Buchhaltung und deine Steuererklärung selbst machen. Das ist rechtlich überhaupt kein Problem. Viele Selbstständige denken sich aber früher oder später, dass sie diese ganzen Themen gerne abgeben wollen, und zwar an einen Steuerberater. In diesem Video wollen wir uns mal genau anschauen, wann es sinnvoll ist, die eigene Buchhaltung und die Steuererklärung an einen Steuerberater auszulagern und worauf du bei der Auswahl des richtigen Steuerberaters achten solltest. Gucken wir uns erstmal die möglichen Gründe an, warum man sich überhaupt mit einem Steuerberater beschäftigen sollte. Ehrlicherweise der größte Irrglaube ist, dass der Steuerberater einem wahnsinnig viel mehr Geld rausholt. Das ist in den allermeisten Fällen nicht der Fall, einfach aus dem Grund, weil die Software, die du als Selbstständiger für deine Buchhaltung und deine Steuererklärung verwenden kannst, die ist inzwischen ziemlich gut und die macht dir an den jeweiligen Stellen auch die Hinweise, was du absetzen kannst usw. Und wenn du dich so ein bisschen mit dem Thema auskennst, dann kann dir ein Steuerberater auch nicht so wahnsinnig viel Geld rausholen. Natürlich gibt es aufwändige Konstrukte, die eignen sich aber meist erst, wenn du wirklich deutlich im sechsstelligen Bereich mit deinem Gewinn bist, also über 100.000 € Gewinn. Dann kann es Sinn ergeben, bestimmte Steuersparmodelle anzuwenden, und dann kann tatsächlich auch eine Beratung bei einem spezialisierten Steuerberater dazu führen, dass du langfristig weniger Steuern bezahlst. Aber so im ganz normalen Tagesgeschäft holt der Steuerberater in der Regel nicht mehr Geld für dich raus, zumindest nicht mehr, als er denn gleichzeitig auch kostet. Es gibt zwei Faktoren, die sind viel wichtiger bei der Auswahl eines Steuerberaters. Und zwar sparte dir ganz praktisch einfach Zeit. Und zwar dauert die eigene Verwaltung, also die Buchhaltung, die Umsatzsteuerformmeldung, die Zusatzfassermeldung, die Steuererklärung, die Einnahmeüberschussrechnung und so weiter. Das kostet einfach Zeit. Und deine Zeit als Selbstständiger ist halt knapp bemessen. Du kannst in dieser Zeit auch irgendwas Produktives tun, also für einen Kunden arbeiten, diese Stunden abrechnen und so weiter. Und es ergibt unternehmerisch durchaus Sinn, dass du dich auf die Dinge konzentrierst, die du gut kannst, und die Steuern und die Buchhaltung lieber jemanden machen lässt, der das wiederum besser kann. Das heißt, die Zeitersparnis ist ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig hast du noch so einen anderen Faktor, dass das deutsche Steuerrecht jetzt nicht das einfachste der Welt ist. Das heißt, ein Steuerberater spart dir auch eine Menge an Kopfschmerzen. Er denkt dann für dich mit. Wenn der Steuerberater verantwortlich für deine Buchhaltung und Steuererklärung ist, dann muss er sich damit beschäftigen, welche Gesetzesänderungen es gibt. Und wenn du Fragen hast, kannst du ihn einfach fragen und musst nicht hier ausführlich irgendwelche Videos auf diesem Kanal anschauen oder irgendwelche Webseiten durchlesen. Deswegen sind meiner Meinung nach die beiden Punkte Zeitersparnis und Ersparnis von Stress die deutlich wichtigeren Punkte als die Geldersparnis. Wenn du wirklich nur Geld sparen möchtest, dann würde ich dir dringend empfehlen, dass du keinen Steuerberater suchst, sondern lieber alles selbst machst. Schauen wir uns einmal an, was die Kriterien für die Auswahl des richtigen Steuerberaters sind. Also worauf solltest du bei einem möglichen Steuerberater achten, um herauszufinden, ob er der richtige Steuerberater für dich ist. Und als ersten und wichtigsten Punkt würde ich das Branchenverständnis sagen. Kennt sich der Steuerberater mit deiner Rechtsform, mit deiner Lebenssituation und mit deinem Business aus? Ganz viele Steuerberater haben das grundsätzliche Problem, dass sie eine Art Bauchladen haben. Das heißt, die betreuenden Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften und Einzelunternehmen. Einige arbeiten digital, andere sind Handwerker, andere sind nur Rentner, andere sind irgendwelche Studenten, die nebenbei gegründet haben und so weiter. Das heißt, sie betreuen irgendwie alles durcheinander irgendwie. Das führt dann halt automatisch dazu, dass sie nirgendwo so richtig gut sind. Das ist wie bei jedem anderen Selbstständigen auch der Fall. Spezialisierte Experten sind immer besser und in der Regel nicht wirklich teurer. Und wenn du schon in den ersten Gesprächen mit deinem Steuerberater anfangen musst und dein Geschäftsmodell erstmal erklären musst und ihr Zeit darauf verwendet, dass du dem Steuerberater erklärst, wie eigentlich dein Business im Detail funktioniert und er so Rückfragen stellt, wo du dir denkst, so, das weiß man doch, dann kann ich dir sagen, dass das wahrscheinlich der falsche Steuerberater ist. Wenn sich der Steuerberater, den du beauftragen möchtest, nicht in deiner Branche auskennt und auch mit deiner Rechtsform keine Spezialisierung hat, ganz ehrlich, wie soll er dir denn im Alltag helfen? Wie soll er denn auf dem Laufenden bleiben? Wie soll er denn verstehen, welche rechtlichen Änderungen für dich relevant sind und welche nicht? Deswegen achte darauf, dass der Steuerberater, den du beauftragst, sich wirklich auch speziell mit deinen Problemen auskennt. Den zweiten Punkt, den ich persönlich wahnsinnig wichtig finde, ist der Umgang miteinander, d. h. die persönliche Wellenlänge. Wenn das nicht passt, dann ist das kein gutes Fundament. Dein Steuerberater weiß unglaublich viel von dir. Es ist nicht nur so, dass er genau weiß, wie viel du verdienst, mit wem du zusammenarbeitest usw. Der kennt unter Umständen auch deine ganzen Krankenhistorien, weil das relevant für die Steuer ist. Der kennt deine Familiensituation, der kennt alle möglichen deine Kinder, zumindest namentlich, und welche Beziehungen da familiär vorherrschen, weil das meiste davon auch für die Steuer relevant ist usw. D. h. es sind super sensible Informationen. Und ich hatte in meinem Berufsleben schon häufiger die Situation, dass ich Informationen über unsere Mandanten wusste, was nahe Familienangehörige oder Freunde nicht einmal wussten. Und wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, dieser Person, mit der du da gerade sprichst, diese Informationen anzutrauen, dann kann ich dir garantieren, dass das der falsche Berater ist. Du brauchst zwischenmenschlich irgendwie eine Möglichkeit zu connecten und auf einer Wellenlänge zu sprechen. Nur dann ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit gesichert. Den dritten Punkt, den du unbedingt einmal besprechen solltest, bevor du einen Steuerberater beauftragst, ist der Preis. Ich weiß, dass es wahnsinnig vielen Steuerberater unglaublich schwerfällt, verbindliche Aussagen zu treffen. Aber du solltest dir irgendeine Art Kostenvoranschlag geben oder es gibt idealerweise einen fixen monatlichen Preis, auf den du dich verlassen kannst. Steuerberater rechnen in Deutschland nach der sogenannten Steuerberatervergütungsverordnung ab. Das heißt, es gibt tatsächlich ein Gesetz, das Steuerberater vorschreibt, wie viel sie abzurechnen haben. Das heißt, die Steuerberater sind nicht super flexibel darin, wie viel sie eigentlich auf ihre Rechnung schreiben. Eigentlich vollkommen absurd, ehrlicherweise, dass es ein Gesetz gibt, das das vorschreibt. Ich persönlich bin da super dagegen. Aber dieses Gesetz existiert nun einmal und daran muss man sich auch halten. Und deine Rechnungshöhe, die richtet sich nicht nach der Erstattung oder so, sondern nach dem Gegenstandswert. Und dieser Gegenstandswert ist in der Regel dein Umsatz, dein Gewinn, dein zu versteuerndes Einkommen usw. Das heißt, das Volumen in deinen Steuererklärungen und deiner Buchhaltung bestimmt die Höhe der Rechnung des Steuerberaters. Und du solltest den Preis unbedingt vorher besprechen. Und wenn der Steuerberater sich komplett weigert, irgendwelche Auskünfte darüber zu geben, wie viel du insgesamt zu zahlen hast, dann wäre das für mich definitiv ein Warnsignal, wo ich sagen würde, pass auf, weil dann bekommst du unter Umständen irgendwelche Leistungen in Rechnung gestellt, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Ich persönlich würde dir empfehlen, dass du einen Steuerberater nicht ausschließlich nach dem günstigsten Preis auswählst. Das kannst du machen. Viel, viel wichtiger in der Laufzeit einer Selbstständigkeit ist eher, dass du verlässliche Absprachen hast. Das heißt, die Planungssicherheit, auch für die Kosten des Steuerberaters, ist viel, viel wichtiger, als ob der Preis jetzt 10 % höher oder niedriger ist. Das heißt, du solltest wirklich irgendeine verlässliche Aussage von einem Steuerberater bekommen, worauf du dich verlassen kannst, und dann würde ich nicht mehr auf den letzten Cent schauen. Den vierten Punkt, auf den du achten solltest, wenn du mit einem Steuerberater Kontakt hast, ist die Serviceorientierung. Wie gut ist dieser Steuerberater erreichbar? Und zwar nicht nur für Neumandate, sondern auch für bestehende. Und wie schnell antwortet er eigentlich auf E-Mails? Wie gut ist der telefonisch erreichbar? Wie funktioniert der ganze Workflow? Wie wird sichergestellt, dass du Hilfe bekommst, wenn du Hilfe brauchst? All solche Dinge sind wahnsinnig wichtig. Und ich lese und höre manchmal absolute Horror-Stories, dass da Mandanten 3-4 Mal eine E-Mail an den Steuerberater schreiben und über Monate kein Feedback bekommen. Das darf nicht sein. Du bist Kunde und solltest auch so behandelt werden. Das Ding ist einfach, in Deutschland ist der Berufsstand der Steuerberater aktuell wahnsinnig überlastet. Und das führt leider immer wieder dazu, dass man als Mandant teilweise lange warten muss. Aber meine persönliche Meinung ist, dass die Kommunikation absolut entscheidend ist. Und wenn das schon ganz am Anfang schwierig wird, dann ist das vielleicht nicht das beste Anzeichen. Und dann würde ich dir auch empfehlen, lieber zu einem anderen Steuerberater zu gehen. Fassen wir also zusammen. Was sind die 4 Punkte, die meiner Meinung nach entscheidend sind bei der Auswahl eines Steuerberaters? Das ist die Branchenkenntnis. Das heißt, wie gut kennt sich der Steuerberater eigentlich in deiner Branche aus? Das ist die persönliche Ebene. Das heißt, hast du irgendeinen persönlichen Draht, kannst du mit der Art und Weise des Steuerberaters gut umgehen. Das dritte ist der Preis. Nicht unbedingt der niedrigste Preis, aber eine verlässliche Aussage und eine transparente Preisgestaltung, damit du von vornherein weißt, wie teuer die Leistungen des Steuerberaters eigentlich sind. Und viertens ist es die Serviceorientierung. Und dann gibt es noch einen Punkt, bei dem ganz viele Leute denken, dass man daran Steuerberater aussuchen müsste. Und das ist die fachliche Qualifikation. Dazu möchte ich aber nochmal ein paar Punkte sagen. Die Prüfung zum Steuerberater gehört zu den anspruchsvollsten Prüfungen, die man in Deutschland ablegen kann. Die Durchfallquote ist regelmäßig deutlich über 50-60%. Das heißt, wirklich nur die besten Steuerexperten bestehen diese Steuerberaterprüfung und dürfen sich anschließend Steuerberater nennen. Das ist kein ungeschützter Beruf. Das heißt, überall, wo Steuerberater oder Steuerberatung draufsteht, die haben diese Berufsträger, die diese Qualifikation erreicht haben. Und die kennen sich in der Regel fachlich deutlich besser aus als die Anforderungen, die du an sie stellst. So, für dein ganz normales Tagesgeschäft reicht jemand, der sich Steuerberater nennen darf, vollkommen aus. Wenn du irgendwelche Spezialanliegen hast, dann kannst du auch immer zu einem Experten gehen. Ich vergleiche das manchmal ganz gerne mit einem Arzt. Da hast du auch einen Hausarzt und dann gibt es Spezialisten, wo du hingehst, wenn du bestimmte Leiden hast. Genauso würde ich das Ganze bei einem Steuerberater sehen. Du hast deinen Steuerberater, der kann sich um deine ganzen täglichen Buchhaltungen, Steuererklärungen usw. kümmern. Aber falls du mal ganz außergewöhnliche Anliegen hast, wo dein Steuerberater kein Experte ist, z.B. eine Erbschaft oder z.B. ein Unternehmenskauf und all solche Sachen, da kannst du auch immer zu einem Experten gehen, der sich auf solche Problemstellungen spezialisiert hat. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast ein paar Anhaltspunkte, worauf du achten kannst, wenn du einen Steuerberater beauftragen möchtest. Übrigens, wenn du Freiberufler oder Selbstständiger bist und digital arbeitest, dann habe ich da eine Empfehlung für dich, und zwar die Kontist Steuerberatung. Die Kontist Steuerberatung ist eine spezialisierte Steuerberatung für Freiberufler und Selbstständige. Und alle Informationen, wie sie dir weiterhelfen kann, die verlinke ich dir einfach einmal hier. Du kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, z.B. dieses hier oder dieses hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.